Was bringst du? Wer ist dieser eisene Schopracken? Neben dir. Parallel. Jorge, wo ist deine Oma? Wie redet deine Arten? Redest du? Mit mir. Wo ist deine Karin? Ozan, ich schlöse dich auf alles, was ich besitze. Wenn ich dich sehe, es endet nicht gut so. Pass auf, wie du. Was redest du so eklig? Sag mal, komm mal kurz bitte hinter mir. Wie ist Nudeln jetzt aus? Papa, so wie beide, wenn sie lieben, liebt keiner. Aber Ozan sagt, ihr meint das nicht ernst. Aber ich hab Ozan gesagt, ihr meint das ernst. Die meint das nicht ernst. Parallel, du bist voller Doof. Der glaubt ja alles. Wie? Was soll er mir denn glauben? Parallel, Alter. Das ist nicht korrekt, was du sagst, Ozan. Weil du machst grad unnormal Fitna. Unnötig. Deine Augen sehen aus wie Eier von Rambo. Guck sie nicht in die Augen. Ich würde deine Freundin niemals angucken. Ist das ein Mann neben dir? Weil ich find das nicht. Deine Augen sehen aus wie Eier von Rambo. Jetzt sind wir live gekommen mit dir bei euren Freunden. Egal, lass den reden, ist doch nicht schlimm. Warum ziehst du nicht was anderes an, lieber? Ja, du hast mir nicht gesagt. Warum guckst du meine Freundin da an? Warum guckst du meine Freundin da an? Jetzt ohne Witz, Oma. Boah, du übertreib dich, ey. Doch. Warum guckst du da? Ja, natürlich beschütze ich dich. Du bist meine Liebe. Wer ist das? Excuse me. Ich komm, zeig dir so, wie du bist. Ja, Ballelu, ich schwöre. Übertreib dich. Morgen, der hat dich blockiert. Morgen ist weg. Da mach ich keinen Scheiß. Doch. Nimm an. Sogar meine Frau sagt morgen, die ist weg. Stimmt ganz gerne. Ich hab gesagt, das ist alles so warm. Dankeschön. Hey, ihr seid kaputt und seid ihr zusammen? Du bist der kaputt, ey. Seid ihr nicht zusammen? Doch. Ja. Guck mal. Alle finden. Guck dir schon. Guck dir auch noch mal. Ist doch egal, von wo der Ring ist. Da kann man jetzt wegen von der Straße sein. Es geht doch um die Geste. Ich war dabei. Weißt du, wo du bist? Bei Mondial. Bei Umkleiden. Ozan, 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 ey. Guck mal. Pass auf, wie du redest. Das ist keine kaputte Beziehung wie eure. Dann geht ihr wieder auseinander. Das ist eine Beziehung, was wir immer erhalten werden. Entschuldigung. Die junge Gruppe, wie die aussieht, ja. Wie mein Robben. Alle Bisse folgen. Hier deine Rose-Roppe rein wegen der Rosen-Schlänge. Leute, alle liken und spenden. Aber sie passen nicht mal zusammen, ja. Wie? Warte, du ringst mich nur gerade auf. Ich schwöre. Der tut mir leid. Nee, du bist einfach neidisch. Warum? Ja, wegen den ganzen Lives. Hast du es vergessen? Mit, mit den Lives? Ja. Du riechst so gut, meine Liebe. Echt? Ja. Danke. Ja, das sind schöne Zeiten, wenn man sich neu kennenlernt, ne? Ja, ehrlich. Ich genieße das auch noch. Ich bin gerne. Wollen wir, wollen wir sagen? Ja, komm. Sollen wir dich erstmal aufholen? Ja, lass mal. Ich tu alles. Alle liken. Weil dann ja beide Geld bezahlt haben. Alle liken. Wollt ihr dann mal spaßig? Oh komm, Barello, der Arme wird verarscht. Rosa, Barello, der Arme wird verarscht. Nein, er wird nicht verarscht. Guck mal, wie klein ich aussehe jetzt. Guck mal, guck mal, wie klein sie ist, Leti, ja. Barello umstehen. Er red doch nicht so, Junge. Er red doch nicht so über meine Freundin. Er red nicht so über meine Freundin. Josefina, danke, danke. Nein, er red doch nicht so über meine Freundin. Du musst nicht mehr lassen. Rambe, sa, Rambe, sa, Rambe. Ich bin nicht so über meine Freundin. Ich bin nicht so über meine Freundin. Ups. Hörst du mir leid, nimm ein anderes Glas. Es tut mir leid, nimm ein anderes Glas. Oh, das war meine Kuh, das war sogar. Die ist für deine Kuh. Ich mach Platz. War Fingo. Was du machst, ich mach alles. Du machst nichts. Oh, Morello. Morello. Mach Gas, man. Rambe, du, der ist Gas. Rambo. Oh, Morello. Erzähl. Boah, ihr Götz. Hey, guck. Hallo, mach das, Junge. Guck nicht. Idiot. Hey, 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 hey. Die Lange war... Warum sagst du deinem Freund nichts? Was er sagt? Gut, gut, gut. Ja, pass doch lieber auf, was du zeigst. Es tut mir leid, meine Liebe. Ich hab gerade gelassen, damit ich mich zeige. Was ist das? Ich weiß, dass... Warum wirst du denn sehen, dass ich Rackern aufrollen will? Alter, hey. Die haben alles an der Ecke erlebt. Junge, die ist billig, Mann. Billig. 30, 20 Minuten, mehr nicht. Ey, valla, bitte auf. Pass auf, wie du redest. Das ist fast. Aber Morello, glaub mir nicht. Später du wirst alles berein. Ja, ja. Wegen so einer Kachy hast du mich verkauft. Leute, alle liken und spenden. Ja. Alle, okay. Das ist das drüben, das drüben. Ich halte das so. Weiß nehmen wir schon. Sag mal nochmal. Ja. Nochmal. Soll ich deine Kuchen auch? Das ist leider, das ist leider. Meine ist weg. Leidigkeit ist schwer. Dann hatte ich was socken weg, weil die sind nass geworden. Kiara. Sei mal leise. Rede mit mir. Was willst du von hier? Meine Frau wollte was fragen. Achso, ich wollte Parade was fragen. Marco, dankeschön. Weiß damit schon von ihrem Glück. Damit? Damit? Margot. Damit? Beato, ich bin der Mann. Hallo. Warte mal, sag mal nochmal. Was ist mit Demet? Weiß Demet schon von euch. Ähm, ich hab sie kennengelernt im Live, ja. Also ich glaube, wenn sie das ist. Dann haben sie zwei Mädchen. Einmal diese Dilo. Bitte. Okay, dann kommt jetzt Demet mit Rambo zusammen. Bitte. Dann kommt jetzt Demet mit Rambo zusammen. Ja, aber der ist ein Flüchtling. Wer will schon mit dem? Ja. Der ist Boxer. Ja, aber die würde. Die würde mit denen. Ja, ja. So ist es auch mit jeder. Hab ich doch gesehen. Nee, meins Junge. Eine Frau reicht mir. Ich bin nicht wie Rambo oder Barrello. Barrello ist auch nicht so. Was? Der ist die ganze Zeit am Hetzen. Ich versteh den. Wer hat gesagt, ich möchte Flasche im Saunaclub aufmachen an meinem Geburtstag? Du warst da. Nein, warte mal. Frag mal. Vielleicht weiß man, Herr Lund. Der hat mir den Check. Der hat mir alles gezeigt. Wir haben vorher alles abgeklärt, damit ich genau weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Mach Skinshots, Leute. Ich will weg von dem. Mach das dein Sticker. Mach das dein Sticker. Abonnenten. Guck mal, Alter. Video. Was denn? Huzan, da hast du deine Perle. Deine kaputte. Kannst du die umarmen. Kaputte. Kaputte ist alles kaputt, Junge. Ist das nicht falsch? Sehr ehrlich. Die beiden passen besser zusammen als die beiden. Ja, aber die sind schon süß zusammen. Die sind schon süß, aber der ist voll kaputt. Er spricht auf dich. Du. Guck mal, beide zwei Kinder sind glücklich. Ja. Huzan ist voll neidisch. Aber richtig, Wallah. Jeder eine Rose, Leute. Hast du Glück gehabt? Aus Köln, also von Köln. Leute, alle liken. Oha, Junge. Habt ihr beide keine Accounts? Also, könnt ihr nicht liken, damit wir zu viert liken gehen, damit das, oder... Danke. Gabriel, danke. Exakt, Triller, danke. Leute, jetzt wieder ein Universum. Ich eigentlich... Noch zehn Menschen eine Rose. Ich mache dir mit. Schleswig- deine W울 zaman Ich mache dir mit. Sicher.